Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unseren Seminaren am 18. und 19. Februar 2013 in unsere Räumlichkeiten einladen. An diesen beiden Tagen finden das Einsteiger und das fortgeschrittenen Seminar zum Thema pauschal dotierte Unterstützungskasse statt. Referent wird ein erfolgreicher Praktiker Herr Selko Jorkic sein. Es geht am ersten Tag im Wesentlichen um die Grundlagen und das Erstgespräch beim Unternehmen. Am zweiten Tag geht es im Wesentlichen um das Zweitgespräch vor Ort und die Ausgestaltungsmöglichkeiten des Versorgungswerkes. Weitere Informationen können Sie beigefügten Filmbeitrag eines bereits erfolgten Seminars entnehmen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Vielen Dank.